Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Eignungsprobe anzunehmen bei Louison in Maltraxos an dieser Stelle. Fort Wests waren Etwas für Alle und Teamgeist. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Vorquests oder Folgequests, schaut bitte in die Videobeschreibung, da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, wo ich komplette Questreihen am Stück aufgenommen habe, unter anderem zum Erfolg Besucher von Maltraxos, wo auch diese Quest dazu gehört. Außerdem habe ich euch in den entsprechenden Videos in den Beschreibungen die Zeitpunkte angegeben, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr schnell von Quest zu Quest oder von Unterwerbfolge zu Quest springen, ohne lange zu suchen. Nun darf ich hier diesen Bewerb der Malus bekämpfen, nachdem ich ihn angesprochen habe. Hier ein bisschen ausweichern, weiter draufhauen und ist abgehackt. Nun darf ich noch Destawin Sahabi besiegen. Also ab geht's. Die ist dann in dieser Position. Map denke ich mal braucht ihr nicht, aber hier ist sie. Rechtblase und bekämpfen. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal. Banner ab. Auf der Seite poste ich die Software, was ich bald aufnehme oder was als nächstes ansteht. Dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Die dient nur dazu euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. So besiegt sind beide Gegner. Und Quest ist bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Louison in Malvaxus an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag und gutes Gelingen. It's okay. Ende. 1 2 2 3 3 Vielen Dank.